Ja hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon, heute zeige ich euch mal wie ihr einen Lama als Haustier bekommen könnt, also bleibt dran. Gewünscht hat sich das der liebe MrKatoKazui und wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreibe ihn doch gerne in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Wenn du in den nächsten Wochen nichts mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir jetzt den Kanal zu abonnieren und dazu auch noch die Glocke zu aktivieren, um wirklich sicher zu gehen, dass du kein weiteres Video mehr verpasst. Falls du jetzt nicht weißt, wie man Datapacks installiert, kannst du jetzt einmal oben rechts auf die Info-Kart klicken und ansonsten geht's jetzt los in Minecraft. Dort müssen wir einmal Slash-Reload eingeben und haben dann hier schon stehen Lama als Haustier bei Creative Simon und im Chat ist wie immer etwas Eigenwerbung sowie ein Erklärungsvideo. Danach benötigen wir erstmal einen Wolf, den wir zu unserem Freund machen mit ein paar Knochen. Das ist wichtig, damit wir erstmal ein Haustier haben, was uns auch folgt. Wichtig ist, dass ihr ihn danach wieder normal hinstellt, deswegen habe ich hier auch diesen kleinen Käfig gebaut. Schwerer wird es nur, einen Lama da noch mit rein zu bekommen, aber ich glaube, das schafft ihr. Einen Diamanten aufzutreiben ist das nächste und wenn ihr den dann zwischen die beiden werft, können wir jetzt hier den Zaun einmal abbauen und ihr seht, da er ganze Spaß folgt mir. Da seht ihr jetzt noch den Hund, der verschwindet innerhalb von ein paar Sekunden. Die warten wir jetzt einmal ab, das ist leider von Minecraft so bedingt. Aber was ich euch in der Zwischenzeit schon mal zeigen kann, ist, wenn ihr einmal Weizen auf das ganze werft, dann seht ihr, jetzt hat sich der Hund hingesetzt und auch unsichtbar geworden. Und das seht ihr auch am Lama, es guckt so nach oben, wie der Hund normalerweise nach oben gucken würde, wenn er sitzt. Das seht ihr auch, wenn wir uns entfernen, bleibt er da. Und wenn wir jetzt einen Wassereimer auf die beiden werfen oder eher gesagt das Lama, dann folgt es uns auch wieder. Ja, das wäre auch schon das ganze Datapack, wie immer in der Videobeschreibung zum Download und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.